Was ist denn bei dir? Also fliegst du auch da in die Sonne? Ja, ich fliege auch nimmer, denn du scheiß den hast vielleicht. Jetzt ist es wieder richtig böig. Merkst du das am Heli? Ja. Ich muss bitte mehr pitchen, aber das geht. Ich bin ein alter Akkreder, da muss er vielleicht nicht runter. Ich hoffe, dass es auf dem Video auch rauskommt, wie sich da die Bäume bewegen im Wind. Aber mit Flieger ist das hoffnungslos mit dem kleinen. Der würde gar nicht mehr still stehen. Der ist halt nur, dass du mit dem Pitchen musst. Aber sonst geht er. Das ist der aber mit Braschlis. Kannst du fliegen? Ich glaube ich. Ja. 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 Ist das jetzt der Genius oder der Mini-Zipi? Ja. Genius. Ja. Ja... Ja. 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 Außerirdaus 듣en wir im Englatz... Da im Krankenhaus Marta Maria sind immer noch Felder, also, ich weiß nicht, Erdbeine oder irgendwas, jedenfalls von der Straße aus, wo wir mal waren, würde ich mit einem kleinen schnellen Flieger nicht mehr fliegen, sondern von der anderen Seite. Mit den Fliegern könnte man sonst höchstens noch Siemens Allee hingehen. Das war sie, also das fuhr das Liederm Torimize wlanchen. Wenn man sich multilieferde und mit dem Flieg ist, ist es mich nach dem Flieg, also ... Du steuerst doch! Jetzt machen wir noch nichts. Die letzte Reaktion, die letzte Funde. Unter dich am Land. Unter dich der Akku-Kampricht. Da brauchst du natürlich eine Akku-Leistung. So ein bisschen Wind in den Blättern. Ich glaube, das reicht. Ich glaube, das ist eine Akku-Kampricht. Das ist eine Akku-Leist. Ich glaube, das hat eine Akku-Kampricht. Aber ich glaube, das ist eine Akku-Leistung.